Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Debian Main Pages im World Wide Web. Die Debian Main Pages gibt es nicht nur in der Kommandozeile, sondern auch auf einer Webseite und zwar auf der Seite MainPages.debian.net und hier kann man nach irgendeinem Kommando suchen, zum Beispiel nach cat, einfach eingeben, dann die Sprache einstellen, hier zum Beispiel German, also Deutsch und dann danach suchen. Und hier kommen dann die Erklärungen, die Hilfeseite also zu dem Kommando cat. Ebenso kann man noch die Ausgabe verändern, also das Format der Ausgabe einstellen, zum Beispiel hier nehme ich jetzt mal einfach PDF, nochmal suchen und dann gibt es die Ausgabe im PDF Format. Okay und wie kann man sich eine schnelle Suche einstellen? Und zwar geht das genauso wie auch bei der schnellen YouTube Suche ohne Add-on. Das ist die gleiche Prozedur. Einfach hier in das Suchenfeld rein klicken mit einem Rechtsklick, dann ein Schlüsselwort für diese Suche hinzufügen, anklicken, dann ein Schlüsselwort bestimmen, zum Beispiel DM nehme ich jetzt einfach mal für Debian Main Page, dann speichern, dann einen neuen Tab öffnen und dann einfach DM eingeben. Das Schlüsselwort also für Debian Main Page und dann den Suchbegriff zum Beispiel TAC zum Beispiel mal. Enter und dann wird das Ergebnis schon angezeigt. Das war User Paul von oben Screencast. Ciao und viel Glück!